Ach, ich kann hier gar kein... Ja, sonst hätte ich hier ein... Dings gebaut, ein... Ähm, Sägewerk. Ja, aber das sieht doch schon mal gut aus, wenn wir hier ein bisschen... Türmliche Verteidigung haben. So. Dann kommst du wieder in dein... Heimathaus. Und dann... Updates, seid ihr teuer? Oh ja, die sind wichtig. Und dann Feuerpfeile. Und dann vielleicht noch Bannerträger-Upgrade. So, einsetzen wir noch mal drauf. Okay. Okay, dann läuft das soweit gut. Und vielleicht gehen wir gleich noch mal in diese Richtung. So, wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Ach, da ist er. Gut, wir nehmen... Wir werden das im Alleingang mit ihm machen. Damit wir auch genügend... Ja, genau. Hier kommt dann... Ein Sägewerk. Hin. So, das sieht gut aus. Also, wir werden auch nicht mehr angegriffen. Mal gucken, wie weit du es... Wie lange du es im Nahkampf aushältst. Ja, dann heißt das... Unterstützung geben. Bevor er zu viel Leben verliert nachher am Ende. Also, die wollten sowieso über diese Seite kommen. Aber ich glaube, er hätte es jetzt auch alleine geschafft. So. Ja, den Rest schafft er auch alleine. Den macht er vielleicht noch mal ein Level. Ach, jetzt kommen sie von zwei Seiten. Jetzt machen sie unser... Dings da oben bestimmt. Nee. Also wichtig. Wir brauchen Türme. So. Dann... Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht der... Machen. Ja, da müssen wir denn doch... ...den Rückzug an... ...nehmen. Aber sonst... ...ist das teuer. Tausend. Das ist natürlich jetzt nicht billig. Muss ich sagen. Na. Habt ihr die so überrannt? So, aber die Feuerpfeile machen ja auch ihren Teil. Oh Gott. So, dann nimmst du den Bogen und dann kannst du vielleicht noch da außer Ferne vielleicht ein oder zwei Pfeile abschicken. Das haben wir auch geschafft. Die abgewehrt. So. Ja, sie zerstören es. Heute kosten wir Menschenfleisch. Und ich wollte nochmal... ...mindestens... ...drei Stück Baume nochmal. Tausend. Upgrades sind nicht billig. Oh ja. Jetzt geht's los. Oh ja. Jetzt kommen sie mal mit ein paar Bauern. Billige Soldaten. Für Rohan. Aber das hat... ...den denn doch nichts gebracht. So. Ja. So. Okay. Und gleich kriegt ihr wieder die... ...Feuerpfeile. Und da müssen wir, glaube ich mal, stürmen. Da ist natürlich ein ganz schöner Haufen draufgegangen. Ah, da sammeln sie sich. Eine Einheit. So. Die da hinten noch. Okay. So, weiter. Die da. Die müssen auf jeden Fall weg. Ach, jetzt schicken sie nur noch Bauern. Wie billig. Und sie machen sogar die Tore zu. Auch nicht schlecht. So, rauf da. Und du noch. Und dann... Da oben. Schießen welche runter. Dann brauchen wir auch noch Belagerungswaffen. Oh, nö. Also, ich bin gerade überhaupt nicht erfreut. Aber ich sehe gerade. So. Ihr werdet gleich... Was sehe ich da? Und dass da welche versuchen, unser Lager kaputt zu machen. Oh, nö. Na, lasst euch eben da überrennen. Und dann müssen wir das ja verhindern hier. Und dann müssen wir das ja verhindern hier. Und dann müssen wir uns Belagerungswaffen holen. Das muss ich bis jetzt noch nie machen. Auf jeden Fall in... Ähm... In der guten Kampagne. Da hatten die einfach nie Mauern. So. Und dann... Genau. Hier nochmal zwei Einheiten hin. Hier bekommt auch noch Upgrades. 600. Geht das schnell? 360. 400. 420. Ja, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, dass sie das Tor zu machen. Welcher, welcher kann denn dafür weg? Du. Kommst jetzt eben weg. Schade drum. Aber wir brauchen Belagerungswerke. So. Lassen wir die da ein bisschen einmarschieren. 1500. Das ist... Tut das Not. So. Schon mal Feuerpfeile spendieren. So. Und... Ihr kriegt natürlich auch Feuerpfeile. Ach, jetzt... Jetzt gebe ich das ganze Geld immer aus. Ich muss jetzt sparen. Wir können die ja... Eigentlich schon mal denn... Einen Meter weiter stellen. Genauso. Na. Wo kommt ihr denn her? So, und darauf. Und... Jetzt wollte ich endlich mal die Belagerungswaffen hier bauen. Weiß nicht. Dürfen wir sogar... Ne, Isengard Belagerungswaffen. Das wird bestimmt nicht der Ottifant... Äh, der Olli oder Ottifant, wie er heißt denn... Sein. So. Ihr stellt euch mit da hin. Und dann kommen von da welche. Ach, dafür haben wir Türme. Und dann schießt gleich auch noch der zweite mit rauf. Und dann... Dann sind die Schnellgeschichte. Rambok. Davon kommt einer. Und jetzt. Jetzt können wir hier langsam noch upgraden. Und dann kommt ihr gleich als nächstes. Ach ja, wir brauchten ja auch noch ein paar Einheiten, die... Goldene Rüstung haben. So. Du stellst dich nach vorne. Und dann wirst du den... Pfeil da... Abschießen, dass die da... Oder so. Genau. Wie lange dauert das? Und dann gucken wir mal, wie weit wir mit einem Ding kommen. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. So. Stellen wir uns schon mal bis hierhin auf. Ah, da bauen wir gleich noch eine zweite Belagerungswaffe. Ach, die machen ja keinen Schaden. Solange es mir nicht mehr sind. So. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch noch mal... Ausgeben, das Geld, was wir haben. Für die Zukunft. Ach. Okay, gut. Wannerträger Upgrade. Ja, solange es nicht mehr werden, schaffen wir das so. So. Habe ich noch ein zweites? Ja, ich habe noch ein zweites gebaut. Aber ich hätte auch Leiter bauen können. Das wäre aber zu einfach. Das Tor kaputt machen. Bin ich mal gespannt, wie dicht wir ran müssen. So, jetzt schießt er, ne? Okay. Ja, du kannst gleich so weit vor, dass du auf das Tor schießt. So, dann seid ihr noch dran. Ihr könnt auch schon mal so weit vorrücken. Ach, euch fehlen ja auch die Feuerpfeile. So. Und jetzt auch noch die zweite Belagerungswaffe und dann... Genau, ich gucke hier gerade gespannt so, wie die... ...Dinger abgeschossen werden. So, Feuerpfeile. 800, das ist nicht billig. Kaputt. Und wir werden mit den vorhandenen einmarschieren. So. Und dann rauf. Aber wir gehen einfach mal erstmal einmal rein. Währenddessen wir hier... ...upgrades regnen lassen. So, kommt ihr da durch, ja, ne? Doch müsst ihr eigentlich so weit. Einen können wir schon mal machen. Und jetzt kommt ihr auch noch. Kriegt ein Upgrade. Ach, da gibt's sogar noch... ...machen die hier sogar noch, dass die Schwerter... ...dass die Bauern Schwerter haben. Aber sonst... ...haben wir es doch soweit geschafft. So, ihr seid einsatzbereit. Schaffen wir es noch? Ach, hier haben sie wieder kaputt gemacht. ...einheiten zu bauen, aber... ...einheiten zu bauen, aber...